Moin und herzlich willkommen zu Chessers am Aircheck. Dieses mal mit dem Hoflogo und Homepage Service. Und hier sehen wir auch schon ein Hoflogo in seinem natürlichen Lebensraum. Nachdem ihr uns eure Wünsche mitgeteilt habt, machen sich die Mädels an die Gestaltung der Seite oder des Logos. Dabei lassen sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Nicht einmal längere Ladezeiten können sie shoppen. Jetzt seid ihr dran. Lasst euch von unserer Kreativität aus den Socken hauen. Kein Wunder, dass die Auswahl dann so leicht fällt. Denn mal ganz ehrlich, wer braucht bitte kein cooles Hofschild oder eine professionelle Internetseite? Ich finde das ist echt schön geworden. Da ist alles drauf, was wir so haben, wollen, kattieren. Gut zu erkennen. Genau, es sieht freundlich aus. Die Farben.